Okay, jetzt beginnen wir mit den Toten-Packs. 11 Spieler-Pack, 81+, come on. Kein Food Birthday, schade. Und wir ziehen nur einen 84er R. War das, was ich erwartet habe. In den Packs zieht man meistens nichts Gutes. Ja. Gut, aber ich meine, gut, dafür, dass es for free ist, droht mir eigentlich gar nicht beschweren. Und jetzt ziehen wir die Banger-Packs. Also da will ich eigentlich schon einen Food Birthday drin haben. Das kann ich eigentlich erwarten. 20-Spieler-Pack, 84, come on. Erstes Pack aus zwei. Let's go, come. Und wir ziehen einen Inform-Walkout. Belgien. Es ist allerweil reilt. Aber da kann noch alles hinter sein vom Rating, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist okay, oder? Also wir haben ein Walkout, zwei Walkouts, drei Walkouts, vier, fünf Walkouts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 85er. Ah, das ist sogar geil. Wir haben gar keine Duplikate. Das ist gut. Ja, also dafür, dass es ein 20x84-Pack war, war es solid. Aber ich meine, wir haben einige Walkouts gezogen. Geht schlechter, geht besser. Und jetzt ziehen wir das zweite 20-Spieler-Pack mit 84 oder höher. Let's go. Gönn, bitte, ey. Bitte, bitte, bitte. Und es ist ein Food Birthday. Come on, let's fucking go. Brasilien. Oh, schade, Mann. LF wäre Wienig gewesen. Schade. Alex Theos. Oh, aber wir ziehen noch einen zweiten. Mädel, let's go. Dann ziehen wir hier noch Posh. Special Walkout. Noch ein Inform. Und dann haben wir ein, zwei normale Walkouts. Noch ein paar 85er. Wir haben fünf Duplikate. Aber übrigens, was ist denn dieser T-S wert? Oh, T-S ist sogar gut. Was wert? 100k. Reicht zwar nicht verkaufen, aber ist die schlimm. Dann haben wir hier noch diesen Kütschgü. Was ist dieser Kütschgü-Wert? Ja, Disco-Preis. Ja, und das ist SBC-Futter. Nicht. Aber Packwalk, okay. Da hast du vielleicht Rooney? Boah, ist echt eine gute Frage, Alter. Eiken! Ja, Eiken! Come on! Boah, Kleubert! Boah! Alter Schwede! Food Birthday, Eiken! Holy fuck! Aus dem 11x81er-Pack, Junge! Pack like a star, Junge! Fucking let's go, Kleubert! Wild, Alter! Und da drunter ist nur Scheiße! Aber es hat sich so gelohnt! Ich mein, okay, der ist... Ja, vielleicht nur... 150k weg. Aber es ist scheißegal! Es ist ein fucking Birthday-Icon! Und ich nehm das sowas damit. Es ist geisteskrank, Alter!